So, wir sind heute in Kitzbühel-Haurach am Golfplatz. Ist sicher einer von den schönsten Golfplätzen in der Region. Schöner kann man nicht anlegen. Rundherum hat man ein tolles Panorama. Und auch Geh- und Fahrräger, die den ganzen Golfplatz erschließen. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und da vorne haben wir das Golfrestaurant, wo man sehr gut essen kann. Mit einem traumhaften Ausblick auf den Golfplatz. Also, ist wirklich genial. Wir sind jetzt im Untertitel. Du findest du nicht. Das heißt, ich nehme jetzt davon Ab1. Geh- und Fahrräger... für heute alleine in 5-2-5 Euro? Für DеSTR hat ähnlicher Eins.